Erstmal Glückwunsch zum 2 zu 0 Sieg hier bei Viktoria Berlin. Wir haben die Fans gefragt, was möchten sie wissen von den Spielern? Und da kam die Frage auf, wen wünscht man sich denn nun als Spieler vom FC Energie als Gegner in der Relegation? Ist es dann vielleicht doch der Wunsch, eine junge U23 zu haben? Oder hofft man dann doch auf Flensburg, wonach es ja momentan aussieht? Ja, also ist das schon so, dass man ehrlich sein muss, man schiebt ja schon mal rüber in die Regionalliga Nord und guckt mal was da passiert. Ich denke mal, dass man so jetzt in erster Linie gar keinen Wunsch äußern kann. Wir bereiten uns ja mehrgleisig vor und das ist es einfach. Also wir müssen halt eben gucken, dass wir auf alles vorbereitet sind. Am Ende heißt es dann, wir haben uns zu sehr auf das eine konzentriert und es kommt auf das andere. Ich denke mal, dass alle Mannschaften, wie sie kommen, sei es eine U23-Mannschaft, die auch ihre Qualitäten haben, die Fußballerisch, wo man nie weiß, was kommt oder wenn du auf Flensburg guckst, das ist eine richtige Herrenmannschaft. Alle, wahrscheinlich sogar größer als ich oder so groß wie ich und da stellt er auch einige Aufgaben. Und deshalb denke ich, dass wir jetzt einfach nehmen müssen, wie es kommt. Und ich denke mal auch, dass wir bestens vorbereitet sind, egal welcher Gegner dann letztendlich vor uns steht. Spielt das schon in der Kabine eine Rolle? Redet man darüber intern oder beschäftigt man sich dann erst wirklich damit, wenn es soweit ist und fest steht? Ja, also was heißt in der Kabine? Wahrscheinlich in kleineren Gruppen wird mal ein bisschen darüber gesprochen. Weil wir haben schon den einen oder anderen, der die Regionalliga da drüben kennt. Ich kenne sie ja persönlich nicht. Und dann fragt man mal nach, wie war es denn? Hat man mal gegen die gespielt da? Wie war es mal gegen die? Schaida hat ja auch in Wolfsburg gespielt. Und ja, das ist halt eben normaler Austausch, jetzt kein großes Thema. Alles klar. Das war's. Vielen Dank und viel Glück in der Relegation in dem Portal. Kommt gut nach Hause.